heute stricken wir zwei socken gleichzeitig to up hallo ihr lieben ich bin es mal wieder eure bianca von wohl aus team ja heute stricken wir zwei socken gleichzeitig to up was brauchen wir dafür wir brauchen zweimal identische knäule und zwar ich habe mich heute für die neue wirklich neue nadel nalle raita entschieden von novita also ein ganz ganz tolles gar nicht mit rosa lila hier creme dazwischen noch ein anderer rosa tun also richtig toll und zwar ist das ein sechsfach gar wir haben ja auf 100 gramm 260 laufende meter angegeben 3 bis 3,5 ich stricke auch mit der dreier stricknadel wir haben 80 prozent wolle und 20 prozent poly und die farbe ist die 81 91 wir brauchen zwei dann brauchen wir zwei rund strick nadeln ihr könnt sehen ich habe zwei verschiedene das habe ich auch mit bedacht gewählt weil wir immer abwechseln dadurch dass wir zwei gleichzeitig stricken abwechselnd immer mit der nadel und mit der nadel stricken dass ich nicht durcheinander komme stricke ich am liebsten mit zwei verschiedenen nadeln habe hier auch zwei verschiedene seile drauf und so komme ich auf keinen fall durcheinander die erste nadel die ich nehme also es ist die dreier nadel ist von der mindful collection und die zweite nadel ist hier habe ich hier sogar gerade noch stehen ganz toll bis hier von der suite fair ein traum für ein mädchen von sorry aber ich finde die sowieso schön das ist ein kuschel hier mit so einem ganz schnell ein wir haben wir die nadeln drin auch in so kommt auch daher in so einem ganz tollen etui und wir haben hier einmal rundstrick nadeln drin und auch nadelspiele finde ich also richtig klasse für sockennadeln natürlich sind die seile dabei das ist bei ein gurt dass man die tasche tragen kann und was ich richtig toll finde ich noch mal ganz ganz schnell hier ist auch noch richtig richtig tolle socken wolle drin also haben wir hier ist noch der gut drin kann man die tasche auch umbinden hier noch mal guckt euch mal diese farben an das ist alles da drin seile dann ist da eine nadel drin zum vernähen da ist eine kleine kleine schere habe ich da drin gesehen ich schaue hier noch einmal ganz schnell rein und dann geht es weiter hier haben wir das also hier sind so viele fächer ja genau wusste ich doch jetzt sogar auch eine kleine schere drin nähnadeln haben wir hier drin die stoppe haben wir hier drin und 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 also ganz 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 klasse dieses set das noch mal ganz schnell das habe ich auf der anderen nadel ihr braucht natürlich auch die schere ich habe jetzt hier in es wieder fährt ist kleine aber ich habe hier meine nage meine schere die ich habe ich ja schon ein paar mal vorgestellt wirklich liebe meine lande nun so die nadel haben wir auch gesagt ich benutze ein 80er seil das würde ich euch auch empfehlen nicht bitte nicht kürzer nachher ist es zu kurz und man kommt nicht so gut hier um die kurve wir müssen eine kleine kurve machen also ein 80er seil zwei verschiedene dreier nadeln die mal zwei die braucht ihr und dann würde ich sagen dann wollen wir mal starten so ich habe mir weil ich zwei gleiche socken haben möchte musste ich bei der ersten ein kleines bisschen abschneiden habe mir das aber genau angelegt und ausgemessen dass ich beides gleich habe ich nehme aber das erste knäuel erst und zwar machen wir einen kreuz anschlag und wir brauchen wirklich nur acht maschen und daher brauche ich nicht so viel faden und werde hier so ein gutes stück nehmen werde mir das aber auch schon bei meinem zweiten knall aus messen wie viel ich hier nehme so dass ich hier weiß da muss ich gleich anfangen also für den klassischen kreuz anschlag mache ich mir hier eine schlaufe gehen mit daumen und zeigefinger rein und gehe jetzt mir hier das einmal hoch und habe jetzt hier eine schlaufe da eine schlaufe und jetzt habe ich meine beiden verschiedenen strick nadeln nebeneinander und jetzt gehe ich mit der ersten strick nadel hier von unten beim daumen rein von oben beim zeigefinger rein und gehe hier beim daumen wieder raus das ist jetzt meine erste und jetzt machen wir immer im wechsel einmal die und jetzt die andere nadel dafür kippe ich mir das ein bisschen und gehe wieder von unten beim daumen von oben beim zeigefinger und wieder beim daumen raus und jetzt drehe ich mir das wieder zurück und mache jetzt hier bei meiner ich sag mal das ist meine lachsfabene gehe wieder von unten von oben von unten und habe hier meine zweite drehe das ganze nimmt die silberne nadel von unten von oben von unten wieder rein und das mache ich jetzt im wechsel immer die eine nadel dann die andere nadel und das mache ich so lange bis ich acht maschen pro seite habe so jetzt habe ich die ersten acht maschen pro seite schiebe das jetzt ein bisschen nach unten und jetzt nehme ich mir das zweite knäuel habe mir das hier schon um einen finger gewickelt und da kommt es genau so dass wir erst mit der vorderen nadel anfangen und dann wieder drehen und jetzt die hintere und auch hier im wechsel acht maschen so jetzt kommt hier der faden an die seite wir kippen das ganze oder wir drehen uns das ganze und jetzt ziehe ich die unteren nadel einmal raus und die beachten wir gar nicht und jetzt gucken wir ich habe diese nadel und mit der zweiten nadel stricken wir auch also deswegen diese zwei verschiedenen farben so kommt ihr nie durcheinander welche nadel er gerade stricken ist die andere diese silberne lasse ich jetzt einfach liegen so und jetzt stricke ich die erste masche rechts die zweite masche ist schon gleich eine zunahme das heißt die strech steche hier einstrecke die erste masche wie zum recht stricken hebe die masche aber nicht ab und strech steche noch mal in die gleiche masche ein und stricke von hinten also es nennt sich kfb mit von back also wie zum rechts verschränkt und so habe ich aus einer masche zwei gemacht und jetzt stricken wir rechte maschen bis wir nur noch zwei maschen über haben also die ersten ich sag mal zwei runden sind wirklich etwas wackelig es sieht kompliziert aus aber es ist wirklich nur die ersten ich sag mal zwei runden die nächste jetzt habe ich hier noch zwei von dem ersten knäuel die werde ich jetzt auch verdoppeln und die letzte masche rechts so jetzt ist hier mein erstes knäuel abgestrickt jetzt lasse ich das fallen und nehme den arbeitsfaden von der zweiten wolle so und auch hier die erste masche rechts die erste masche wird immer etwas fester angezogen jetzt wieder die nächste masche verdoppeln rechte maschen bis wir nur noch zwei maschen über haben und hier auch wieder einmal von vorne masche bleibt auf der nadel und dann hier wie rechts verschränkt das hintere füßchen nehmen und die noch mal eine masche aus stricken und die letzte masche rechts jetzt haben wir die erste reihe oder die erste seite geschafft jetzt wird das so gedreht wir können den faden den arbeitsfaden ruhig drauf lassen jetzt sehe ich die untere nadel einmal hier hoch und die obere die kommt jetzt weg so jetzt wird gewechselt und auch hier jetzt habe ich hier das silber und hier auch wieder die silberne nadel also das ist immer ganz wichtig und wir machen das gleiche noch einmal also die erste masche wird rechts gestrickt die ziehe ich ein bisschen fester an die nächste masche wird verdoppelt rechte maschen bis wir nur noch zwei maschen von dieser ersten socke über haben die wird wieder verdoppelt und die letzte rechts jetzt wird dieser faden wieder fallen gelassen jetzt nehme ich mir meinen zweiten faden von der zweiten socke und das gleiche spiel noch einmal eine masche rechts eine masche verdoppelt rechte maschen bis wir nur noch zwei über haben anfangs faden die vorletzte wieder verdoppeln es geht der anfangs faden stört mich gerade so ein bisschen noch einmal und die letzte masche wieder rechts und jetzt wird das ganze wieder gedreht und die nächste runde oder reihe mir ist eine runde wir strecken in runden da stricken wir nur rechter maschen drüber also jetzt sehe ich mir wieder die vorderung nade einmal hier rein die hinteren aus und jetzt wird ja diese nade wieder bestrickt gesagt das ist dieses hängt jetzt hier ein bisschen so und wieder die suite der fernade wenn ich dir jetzt einfach mal und wieder passend die und die nächste reihe oder runde wird nur rechts gestrickt ohne zunahmen und die erste masche wieder ein bisschen fester anziehen und jetzt klappert meine nadel ein bisschen am tisch also jetzt hier wieder sind jetzt pro seite habe ich jetzt zehn maschen und diese runde wird einfach nur rechter maschen gestrickt hier ist meine zunahme und jetzt kommt diese dieser faden wieder runter wir nehmen uns den anderen faden und auch hier wieder rechter maschen drüber und das mache ich dann auf der anderen seite auch wieder dass ich die nadel fallen lasse und danach in der nächsten reihe oder runde wird das dann schon wieder etwas angenehmer jetzt wird das schon ein bisschen lockerer schieben jetzt hier wieder die nadel rein und die andere wieder raus so jetzt wird wieder gedreht jetzt wichtig ist wenn ihr dreht und wieder anfangen zu stricken guckt euch hier die linke seite an also die verkehrte seite weil wir stricken ja jetzt auf diese seite also ich ziehe mir jetzt ja die nagel hoch und stricke ja diese seite weiter so also das heißt diese seite wird ja jetzt hier bestrickt und die lasse ich jetzt hier wieder einfach fallen und in diesem prinzip fahren wir jetzt wieder fort also jetzt wird wieder verdoppelt also wir verdoppeln immer in jeder zweiten runde das heißt jetzt kommt wieder die erste masche ein bisschen fester anziehen dass hier kein loch entsteht und die nächste wird wieder verdoppelt also in jeder zweiten runde werde ich verdoppeln wieder rechter maschen bis wir nur noch zwei maschen über haben so und jetzt hier wieder die nächste verdoppeln und die letzte rechts nächste faden fallen lassen das nächste knäuel nehmen soll das andere die erste rechts die nächste masche verdoppeln und das mache ich dann auf der anderen seite genauso und dann kommt wieder eine reihe oder eine runde in rechter maschen oben drüber das ganze wiederholen wir jetzt bis wir die gewünschte maschen zahl erreicht haben ich in meinem fall ich habe größe 40 41 ich werde jetzt so lange stricken bis ich pro socke pro nadel jetzt ist mir eine runtergerutscht pro socke pro seite 26 maschen habe ihr müsst vielleicht in eurem fall mal einmal euch eine socken tabelle raussuchen wenn ihr größe 38 habt 38 39 das wären dann so 24 maschen pro seite also wir haben jetzt ein sechsfach garen schaut euch jetzt einmal die socken tabelle an welche größe ihr braucht ich wie gesagt in meinem fall stricken solange jetzt in diesem prinzip weiter bis ich hier pro nadel pro socke 26 maschen für diese seite oder pro seite habe immer einmal verdoppeln und die nächste masche nächste runde wird einfach in glatt rechts drüber gestrickt und wenn wir das gemacht haben dann sehen wir uns an dieser stelle wieder so ich habe jetzt hier meine spitze fertig und werde jetzt einfach nur in spiralen also in runden weiter stricken das wird bei mir einfach eine stino socke werde kein muster rein stricken sondern nur in runden weiter das macht ihr jetzt auch wenn ihr natürlich mit muster stricken möchtet könnt ihr das machen wir werden das jetzt so fortfahren nur dass wir keine zunahme machen und zwar stricken wir das jetzt bis zur ferse das sind in meinem fall bei größe 40 41 so circa 20 cm und dann stricken wir gemeinsam die ferse gemeinsam die ferse so ich bin jetzt hier soweit ich zeige mal gerade wollen wir einmal gerne ausmessen verkehrte seite so ich bin jetzt hier bei knapp 21 cm so ich jetzt fangen wir die versen an und zwar stricken wir die erste hälfte der ferse einmal nur an dem ersten socken und zwar wir stricken das ganze mit der shadow rap ferse das ist auch meine ja meine absolute lieblings ferse ich stricken wirklich sehr sehr gerne und zwar müssen wir die maschen zahl die wir hier haben einmal durch drei teilen ich habe ja 26 maschen hier pro pro socke das geht nicht ganz auf dann mache ich jetzt hier die ist erste drittel acht maschen das letzte drittel acht maschen und in der mitte da haben wir zehn maschen bei der ferse ist es immer am besten wenn wir in der mitte etwas mehr haben wenn wir wenn es halt nicht ganz aufgeht lassen wir in der mitte immer etwas mehr maschen sowie stricken jetzt rechte maschen bis wir hier beim ende angekommen sind und auch hier wieder einmal die erste masche etwas anziehen und jetzt stricken wir rechte maschen bis zur letzten masche so diese letzte masche die werden jetzt verdoppeln dafür komme ich jetzt einmal ein bisschen runter und zwar haben wir hier so ein ich sage immer füßchen das ist die masche die wir darunter gemacht haben also eine reihe runter und dann nehmen wir jetzt dieses füßchen was hier unten ist das heben wir einmal auf die linke nadel und die stricken wir jetzt rechts ab dann lege ich mir die hier wieder auf meine linke nadel jetzt haben wir diese masche verdoppelt und jetzt drehen wir das ganze und jetzt stricken wir linke maschen zurück auch wieder bis zur letzten masche jetzt habe ich hier meine letzte masche und die hebe ich jetzt einmal nur ab die wird nur hier rüber gehoben und jetzt sehen wir ganz deutlich hier unten dieses füßchen und auch das kommt auch meine andere nadel und diese masche stricke ich jetzt links ab jetzt wird das ganze wieder gedreht jetzt meine verdoppelte masche die hebe ich jetzt nur einmal rüber und ich strecke jetzt wieder rechte maschen bis wieder eine masche vor meiner verdoppelten masche das zeige ich euch jetzt noch mal gerade habe jetzt hier wieder meine letzte masche und hier gehe ich wieder man sieht das ja auch wirklich ganz deutlich die hebe ich einmal hier hoch werde die rechts absteckt absticken abstricken gebe sie auf meine linke nadel und drehe und jetzt wieder linke maschen bis auch wir hier wieder vor eine masche vor meiner verdoppelung und auch hier wieder faden vor die arbeit die masche wird einmal rüber gehoben und hier dieses füßchen einmal nach oben heben und eine masche links dann wird wieder gedreht und die masche auf meine nadel heben auf die andere nadel so und in diesem prinzip fahren wir weiter fort und zwar so lange bis wir auf jeder seite acht maschen verdoppelt haben in der mitte die zehn danach zeige ich euch gerade hier da müssen eigentlich nur theoretisch runter stricken aber das zeige ich euch gerade und die zweite socke geht dann ganz genau so wir machen das jetzt erst mal so lange bis wir die acht maschen hier auf jeder seite verdoppelt haben dann zeige ich euch gerade wie wir hier einmal noch unter stricken dass wir zur anderen socke kommen aber die andere socke wird dann natürlich genauso gestrickt also wir stricken jetzt für uns in meinem fall auf beide seiten acht verdoppelung so ich habe jetzt hier zwei vier sechs acht ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und hier noch mal zwei vier sechs acht so wir stricken jetzt einfach rechte maschen erst mal die zehn die wir hier in der mitte noch haben so und jetzt kommen hier meine doppel maschen und die stricke ich jetzt einfach als eine masche ab eine masche jetzt habe ich hier den faden durchstochen sodass als eine masche habe ich hier noch vier und die letzte so das ist jetzt die erste hälfte von der ferse jetzt wieder ein bisschen zurück jetzt diesen faden weg jetzt nehme ich mir den nächsten faden und das was wir jetzt gerade gemacht haben machen wir natürlich auch mit der zweiten socke hier wieder teilen acht verdoppelung hier acht verdoppelung da dann strecken wir hier einmal runter wie wir das hier auch gerade gemacht haben und wenn wir das geschafft haben dann sehen wir uns zum zweiten teil von der ferse wieder so ich bin jetzt hier auch soweit dass wir hier auch einfach diese doppelmaschen diese acht die wir gemacht haben in meinem fall acht stricken wir jetzt hier einfach immer als eine masche zusammen und dann stricken wir wieder in runden über beide socken die beiden noch eins und zwei so jetzt geht das wieder in runden wir bestricken jetzt wieder beide socken und zwar werde ich 3 4 runden einfach drüber stricken auch hier über die erste hälfte der ferse und wenn wir das gemacht haben also jetzt einfach wieder die nadel hier rein die nadel raus die geht jetzt etwas strenger weil wir jetzt die ganze zeit über die erste masche gestrickt haben über die erste nadel geht sie bei mir gerade ein bisschen strenger aber jetzt werde ich drei vier runden das ist auch geschmackssache wie breit das an der ferse sein soll ihr könnt das auch fünf runden machen wie ihr möchtet aber ihr solltet mindestens drei runden in glatt rechts rüber stricken und dann sehen wir uns zur zweiten hälfte der ferse wieder so ich wollte euch gerade noch einmal die und die andere seite hier nochmal mit den doppelmaschen zeigen die werden natürlich auch einfach als eine masche abgestrickt das hatte ich eben gar nicht gesagt hier einfach auch als eine masche so und jetzt wird natürlich diese drei vier fünf rein so wie je nachdem wie ihr das haben möchtet einfach glatt rüber gestrickt ich wollte das euch noch einmal zeigen habe ich vergessen zu erzählen also jetzt stricken wir einfach wieder die rechte maschen in der mitte von unserer ferse und danach sehen wir uns dann aber wirklich zum zweiten teil der ferse wieder so es geht weiter und ich habe jetzt hier meine drei runden rüber gestrickt ich habe mir in der zwischenzeit einen tee gekocht passt gerade so schön zu der wolle habe ich mir gedacht meine kleine teekanne und ach schaut mal ist das nicht süß muss ich einmal gerade ich hatte das schon bei uns in der facebook gruppe gezeigt finde ich total niedlich so ist nämlich jetzt doch noch etwas sehr frisch draußen und ich hatte gerade so kalte finger ich denke jetzt machst du dir einen tee also wir gehen jetzt weiter und zwar stricken wir die ersten acht und die zehn aus der mitte die stricken wir erstmal ganz normal rechts ab also jetzt meine zwei drittel in eurem fall wenn ihr eine andere maschenzahl habt erstmal die ersten beiden drittel ganz einfach rechts abstricken so und die achte von der linken nade da wird wieder eine verdoppelung gemacht das heißt auch hier wieder unten das füßchen nehmen nach oben legen und rechts abstricken und jetzt wird gedreht und jetzt stricken wir die mittel maschen also bei in meinem fall sind es ja zehn links eins zwei drei fünf sechs sieben acht neun und die zehn und hier die achte wird rüber gehoben und hier füßchen nach oben und die links ab jetzt wird wieder gedreht so wir stricken jetzt hier wieder unsere acht maschen acht sie zehn maschen aus der mittel mittel bis zur doppelmasche so und jetzt habe ich hier meine doppelmasche die strecke ich einfach als eine masche rechts und verdoppelt wieder die nächste masche hier rüber und es wird wieder gedreht und wir stricken linke maschen bis zur verdoppelung und hier ist meine doppelmasche man erkennt ihr auch wirklich immer sehr sehr gut die stricke ich als eine masche links und verdoppelt wieder die nächste so und in diesem prinzip fahren wir weiter fort wir stricken immer rechts oder links je nachdem auf welcher seite wir sind bis zu der doppelmasche die doppelmasche auch als eine masche abstricken und die danach dann verdoppeln so und das machen wir natürlich auch bis wir hier unten angekommen sind dann haben wir hier die zweite seite fertig von der ferse und danach nehmt ihr euch die zweite socke und macht das da natürlich genauso ich denke das muss ich euch jetzt nicht noch einmal zeigen also wir gehen jetzt wie immer hin und her und wenn wir hier unten angekommen sind bei der letzten masche dann springen wir rüber zur nächsten socke und machen dort die zweite hälfte jetzt hier schon wieder angelangt ja und danach geht es tatsächlich tatsächlich einfach nur weiter in runden und ich denke das muss ich euch auch nicht unbedingt zeigen wer mag kann ein bündchen muster danach stricken weil wir kommen danach ja zu dem schaft ich werde ich einfach erstmal noch ein kleines stückchen einfach im glatt recht stricken bevor ich oben das bündchen stricke das mache ich meistens immer so 15 15 15 bis 20 rein aber das denke ich ja zwar rechts zwar links also ihr wünschen zwei links ihr könnt eine masche rechts eine masche links stricken man kann das bündchen stricken eine masche links eine masche rechts verschränkt also das ist euch jetzt überlassen ich mache ja eine stino socke also nicht stinknormale socke werde tatsächlich dann einfach rechts und runden stricken und oben mein kleines bündchen stricken und wenn wir so weit sind dass wir oben mit dem bündchen soweit fertig sind dann zeige ich euch noch einmal wie wir elastisch abketten weil das ist immer ganz ganz wichtig dass wir wenn wir eine toe up socke haben dass wir elastisch abketten also wir stricken also wir stricken jetzt erstmal die beiden nur das zweite teil der ferse zu ende danach stricken eure schaft so wie ihr das machen möchtet und oben zum abketten wenn wir fertig sind dann sehen wir uns wieder zum elastisch abketten bis gleich so ich bin jetzt so weit dass ich mit den abketten anfangen kann meine socken sind soweit fertig ich habe hier auch schon auf einer seite angefangen abzuketten und das ist halt diese elastische das ist immer ganz wichtig dass ihr auch gut über den fuß kommt so dann machen wir den ersten einmal zusammen also die zweite wird abgestrickt und dann gehe ich jetzt mit meiner linken nadel durch beide maschen durch so dass die linke nadel vor meiner rechten nadel liegt dann hole ich mir den faden und gehe durch beide maschen durch noch mal ich strecke die nächste masche einfach rechts ab gehe mit meiner linken nadel durch beide maschen durch so dass die linke nadel vor meiner rechten nadel liegt wo ich mir mit der hinteren nadel den faden und gehe durch beide maschen durch und stricke sie rechts verschränkt ab also eine rechts mit der linken nadel durch beide durch wo mir den faden und stricke sie rechts verschränkt ab und das ist der ganze zauber und so erhaltet ihr den elastischen die elastische abnahme so den rest macht ihr hier zu ende da zu ende einmal ordentlich abketten und fertig sind unsere wunderbaren socken und wie ihr sehen könnt ja für mich ist das eigentlich optimal weil ihr wisst ja ich stricke oftmals immer nur ein socken und so habe ich jetzt mal zwei so das war's von mir ich würde sagen mein wie immer freuen wir uns über das däumchen nach oben das auch nicht vergessen und die glocke die müsst ihr einmal drücken dann verpasst ihr keins von den nächsten videos schaut doch auch einmal bei uns auf instagram vorbei oder natürlich bei uns in der facebook gruppe unter wohl haus stricken häkeln und mehr so dann tschüss bis zum nächsten mal eure bianca vom bulaus team auf die so Untertitelung des ZDF, 2020